Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren zivilprozessualen Video zur Zuständigkeit. Heute geht es um den deliktischen Gerichtsstand. § 32 ZBO erklärt Gerichte am Begehungsort einer unerlaubten Handlung für zuständig. Regelungszweck dieser Vorschrift ist einerseits der Schutz des Gläubigers, andererseits aber auch die Sachkunde eines ortsnahen Gerichts. Im folgenden Video schauen wir uns zuerst die Voraussetzungen des § 32 ZBO an. Danach klären wir, warum am Gerichtsstand nach § 32 ZBO und auch an allen anderen besonderen Gerichtsständen sämtliche Anspruchsgrundlagen geltend gemacht werden können, unabhängig davon, ob sie vertraglicher, dinglicher, deliktischer oder sonstiger Natur sind. Der Begriff der unerlaubten Handlung in § 32 ZBO verweist auf das materielle Recht. Erfasst sind also alle Tatbestände des allgemeinen Deliktsrechts in § 823 ff. BGB. Auch deliktischer oder Gefährdungshaftungstatbestände in Spezialgesetzen sind erfasst, z.B. § 1 Produkthaftungsgesetz. Ebenso ist ein Anspruch, aus Eingriffskonditionen mit einer unerlaubten Handlung gleichzusetzen, weil er einen Eingriff voraussetzt, der mit einer Rechtsgutsverletzung vergleichbar ist. Dass § 32 ZBO eine unerlaubte Handlung voraussetzt, führt dazu, dass es sich bei der unerlaubten Handlung um eine sogenannte doppelt relevante Tatsache handelt. Was könnte sich hinter diesem Begriff verbergen? Man spricht von doppelt relevanter Tatsache, weil die unerlaubte Handlung sowohl auf Zulässigkeitsebene, eben bei § 32 ZBO, als auch auf Begründetheitsebene relevant wird. Im Rahmen der Begründetheit muss das Gericht schließlich prüfen, ob z.B. ein Anspruch aus § 823 1 BGB besteht, der eine unerlaubte Handlung voraussetzt. Um diesen Teil der Begründetheitsprüfung nicht schon im Rahmen der Zulässigkeitsprüfung vorwegzunehmen, reicht es auf Zulässigkeitsebene aus, dass die doppelt relevante Tatsache schlüssig vorgetragen wird. Im Rahmen einer Schlüssigkeitsprüfung findet keine Beweisaufnahme statt. Der Vortrag des Klägers gilt als zugestanden. Mehr dazu im Video zum Versäumnisurteil. Außerdem noch ein Hinweis. Nur weil § 32 ZBO eine unerlaubte Handlung voraussetzt, heißt das nicht, dass ausschließlich deliktische Anspruchsgrundlagen geltend gemacht werden können. Dazu später noch mehr. Im nächsten Schritt muss der Begehungsort der unerlaubten Handlung bestimmt werden. Erfasst ist grundsätzlich jeder Ort, an dem zumindest ein wesentliches Tatbestandsmerkmal der unerlaubten Handlung erfüllt worden ist. Zwischen welchen Orten kann man hier grundsätzlich differenzieren, wenn man sich am Beispiel des allgemeinen Tatbestands in § 823 1 BGB orientiert. In Betracht kommen der Handlungsort und der Erfolgsort. Verschüttet etwa der Kellner K. ein Glas Rotwein über das weiße Hemd des Gastes, dann erfolgte die schädigende Handlung im Restaurant und dort trat auch der Schädigungserfolg ein. Anders sieht es zum Beispiel bei Pressedelikten aus. Die überregionale Zeitung Z veröffentlicht in München einen diffamierenden Artikel über die in Düsseldorf wohnhafte prominente P. Der Handlungsort liegt am Ort der Veröffentlichung in München. Der Erfolgsort, hier bezüglich einer Verletzung des APR der P, liegt überall dort, wo den Lesern der Zeitung der Artikel bestimmungsgemäß zur Kenntnis gebracht wird, also dort, wo die Zeitung verbreitet wird. Bei einer überregionalen Zeitung ist das das gesamte Bundesgebiet. In solchen Fällen gilt, der Begehungsort, und auf den kommt es bei § 32 ZPO an, liegt sowohl am Handlungs- als auch am Erfolgsort. Diese Auslegung lässt sich mit dem Wortlaut des § 32 ZPO begründen. Begangen ist das Delikt bereits, wenn Handlung und Erfolg vorliegen. In der Praxis gibt es für die Bestimmung von Handlungs- und Erfolgsort viele Fallgruppen. Das Pressebeispiel haben wir eben schon kennengelernt. Es würde aber den Rahmen dieses Videos sprengen, wenn wir alle Fallgruppen behandeln würden. Exemplarisch anschauen wollen wir uns noch die Fallgruppe der Produkthaftung. Überlegt einmal selbst, wie ihr Handlungs- und Erfolgsort bestimmen würdet, wenn durch einen fehlerhaften Toaster ein Feuer in der Küche des Käufers entsteht und dadurch mehrere Küchengeräte zerstört werden. Der Handlungsort liegt grundsätzlich am Herstellungsort des Produkts, hier also am Ort, an dem der Toaster gefertigt wurde. Der Verkaufsort ist dagegen nicht relevant. Der Erfolgsort ist der Ort des Schadenseintritts, der hier am Sitz des Käufers des Produkts liegt. Dazu noch ein Exkurs. Im Zusammenhang mit dem VW-Abgasskandal hat der BGH entschieden, dass in den meisten Fällen am Wohnsitz des Klägers ein Gerichtsstand begründet sei. Dabei stellt der BGH auf das Vermögen des Klägers als geschädigtes Rechtsgut ab. Dieses Vorgehen, also das Heranziehen der Vermögenszentrale des Klägers als Erfolgsort, solltet ihr euch merken. Wenn ein spezieller Schädigungserfolg klar festgestellt werden kann, solltet ihr aber vorrangig daran anknüpfen. Denn der Gerichtsstand am Sitz des Klägers beeinträchtigt die Beklagte stark und sollte nur bei besonderer Sachnähe angenommen werden. Deshalb darf nicht immer pauschal auf das Vermögen des Klägers abgestellt werden. Am Gerichtsstand nach 32 ZPO kann auch über konkurrierende vertragliche Ansprüche entschieden werden. Tedeologisch spricht dafür die Kosteneffizienz. Es wäre wenig sinnvoll, für verschiedene Ansprüche, die den gleichen Lebenssachverhalt betreffen, verschiedene Prozesse durchführen zu müssen. Systematisch kann außerdem § 17 Absatz 2 GVG angeführt werden. Lest euch die Vorschrift einmal durch. § 17 Absatz 2 GVG betrifft eigentlich die Rechtswegzuständigkeit. Er legt fest, dass ein Gericht mit Rechtswegzuständigkeit auch über rechtswegfremde Forderungen entscheiden darf. Wenn ein ordentliches Gericht über eine deliktische Forderung entscheiden soll, darf es also auch über konkurrierende Ansprüche aus einem Arbeitsvertrag entscheiden, selbst wenn für letztere eigentlich der Rechtsweg der Arbeitsgerichtsbarkeit eröffnet wäre. In Bezug auf die örtliche Zuständigkeit kann man aus § 17 Absatz 2 GVG einen Erstrechtsschluss ableiten. Wenn ein zuständiges Gericht schon über rechtswegfremde Forderungen entscheiden darf, dann muss es doch erst recht über konkurrierende Forderungen entscheiden dürfen, für die ein besonderer örtlicher Gerichtsstand nicht begründet ist. Der BGH nimmt das jedenfalls für 29 ZPO an, den wir im vorigen Video besprochen haben. Fassen wir das Gelernte noch einmal zusammen. Der Gerichtsstand der unerlaubten Handlung begründet eine Zuständigkeit sowohl am Handlungsort als auch am Erfolgsort. Bei Pressedelikten liegt der Erfolgsort überall dort, wo das Presseerzeugnis planmäßig vertrieben wird. Bei Ansprüchen aus Produkthaftung liegt der Handlungsort grundsätzlich am Herstellungsort. Das Gericht darf auch über konkurrierende Ansprüche entscheiden, die eigentlich nicht vom besonderen Gerichtsstand umfasst sind. Das war's mit den Videos zur örtlichen Zuständigkeit. Vielen Dank fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Vielen Dank.